Jede Nuss, und die nicht will, muss. Das ist eigentlich auch schon ein bisschen Ramstein-Stil, ein Pferlindermann-Stil. Wenn man so will, ja. Soll ich eben noch draußen stopfen und laufen? Gehen wir raus jetzt? Ja, warum nicht? Kann ich ein Bier hier auf das Boot schmeißen? Ja, ich finde es ja gut. Sollen wir das machen? Was denkst du? Mach das nicht. Ja, ich wollte reden. Das wäre fast an den Schädel gegangen. Das geht ja gut.